Hallo ihr Lieben hier bei News on Tour. Ich bin's, euer Jörg Bausch. Ich hatte in diesem Jahr viele, viele Auftritte und mit einigen von euch ja eine richtig gute Party live on stage. Doch jetzt ist es langsam an der Zeit, sich auf Weihnachten einzutunen und ich möchte euch an dieser Stelle frohe Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und bleibt mir treu und notiert euch einen Termin, nämlich den 9.3.2013, da gehe ich zum zweiten Mal in die Arena Oberhausen. Ich freue mich schon wahnsinnig genau auf diesen Tag und auf euch. Also ihr Lieben, bis dahin, tschüss, euer Jörg Bausch.